Falls die Person nicht sprechen kann, handelt es sich um eine schwere Verlegung der Atemwege. Stützen Sie den Brustkorb und schlagen Sie mit der flachen Hand fünfmal fest zwischen die Schulterblätter. Tritt keine Besserung ein, stellen Sie sich hinter die Person, ballen Sie eine Faust und legen Sie sie zwischen Nabel und Brustkorb. Greifen Sie mit Ihrer anderen Hand auf die Faust und ziehen Sie kräftig nach innen und oben. Tritt keine Besserung ein, beginnen Sie wieder mit fünf Schlägen auf den Rücken.